Musik Ja zur Feuerwehr! Ja zur Feuerwehr! Ja zur Feuerwehr! Ja zur Feuerwehr! Mich hat das immer schon begeistert, Menschen zu helfen, zu retten und auch die Kameradschaft in der Feuerwehr, das begeistert mich daran. Weil es mir Spaß macht. Ich mag am besten an den Feuerwehrhauf den Zusammenhalt und auch, dass man auch anderen Leuten helfen kann. Dass die leben rennen. Also meine Eltern sind auch schon beide in der Feuerwehr und ja dann ist man da so reingewachsen und ich bin immer noch dabei, bin jetzt schon dieses Jahr zwölf Jahre. Also mein Vater ist in der Feuerwehr und viele meiner Freunde auch. Ja war bei uns bei mir so ein bisschen Familiensache. Also mein Vater, mein Opa waren halt auch alle in der Feuerwehr. Und dann bin ich auch hingegangen, hat mir Spaß gemacht, also bin ich geblieben. Musik Eine Feuerwehr begeistert mich hauptsächlich, dass man anderen Menschen helfen kann. Und ja, man kriegt für alles ein Danke, jeder ist glücklich wenn man kommt und das macht schon Spaß. Dass wir abends zusammen mit unseren Freunden sitzen beim Dienst und ja, das ist ja gut. Es geht halt nicht immer darum, das Beste zu machen, sondern dass man mit seinen Freunden da sitzt und was zusammen unternimmt. Ähm, also eigentlich die Fahrzeuge und ja. Kameradschaft, Zusammenhalt, Teamstärke. Und der Nächste? Da kann ich nur so bestätigen, da ist alles mit gesagt. Ja. 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 Ja.